weil da haben wir doch schon ein weiter aber weiter nein ja weiter im moment 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 weil schon hatten nein weil ich denke mal weit hatten nein 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 ich bin bestimmt nicht ich gucke aber mein mal mein weiter playlist nach sekunde ich bin mir eigentlich definitiv sicher dass wir walschen hat nach dämmerung nach der dämmerung hat war die oase dämmerung oase zuckerland und worms hatten wir plus die jetzt drei maps die wir heute noch hatten weiter hat man noch nicht also spielen wir sie jetzt ich hätte meine folgen nach den maps aber ich weiß was wir schon hatten was er noch nicht hatten na ja ja klassischen muss ich bleibe die alten regel wieder bei so das ist einer der ersten maps überhaupt oder die erste wegkommt na fast nach ist genau das war die das sollte heute genau die ganze zeit so bogey weiß ja ich werde mal heute noch einer kürzer gewesen ich werde mal das jedenfalls auf zwei gewesen heute waren das wären holen gewissene hübter wieder raus habe ich auch bei mir läuft momentan echt genauso so der der 3 alles nur zwei jahre am anfang rolle waren kommt schon kommt schon rolle rolle genau zwischen dem ding da durchkommt und dann müsste es geben sei das ist wieder einfach jetzt aber auch wieder die einfachen maps na gut die da danke aber kann mit dem später haben ein zweiter zuschläge jetzt müssen wir vielleicht im web zu machen da ist noch was holen worden du musst genau mit kraft haben drüber kommen dann könnte man die glücker und hat sich noch volle worden spielen jawohl komm 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 ah schade fünf schläge rei nach ich will ich hatte die reich mit viel kraft darum bogey ach der ist da unten das loch ich dachte muss da oben hoch bogey wirst du mich verarschen spiel das ist genau das was mir vorhin auch war dieses falsche winkel was war das denn ich habe versucht wir an der seite zu kommen ein verwinkel aus verwinkel ich wollte auf die andere hinten an die wand gehen damit der rüber geht gerade ok sechs schläge scheiße der war nein habe ich auch versucht aber es geht schon das habe ich auch versuchte den liegen zu bleiben und dann anzu und darüber zu setzen der springt da wieder raus ich glaube es nicht ich glaube es kann so die stille genießerin die sagt gar nichts dazu wir sind jetzt an der wandfeuer oder wo menschen sehr schön so kann man seine machen ich bin hier das gibt es doch nicht holen holen mit dem hinteren doch fällt zurück rein ich habe nicht ich bin auch ein bisschen darüber hinaus geschossen jetzt macht es wieder gerade ein bisschen mehr spaß als der scheiße feuer war warte, 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 was ist das für ein scheiß so, wo ist das Loch da oben leck mich doch hallo was ist mit dir los was ist mit dir kaputt scheiße ja mal sei froh ich werde zurück zum startteil teleportiert jedes mal hau ab weiter hör auf wieder scheiße so geht es natürlich auch es wird kein paar aber das ist wieder so eine map voll 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 Kreis drücken übrigens. Dann legt er dich zurück. Ja, aber ich bin schon bei 8 Schlägen. Du bist gut, toller Schlag. Zwei. Theoretisch ist es mit einem möglich. Komm. Sehr schön, Markus. Sollen wir versinken. Haben wir alle zwei? Schon zehn. Na, na. Kommt sofort wieder rüber. Jawohl. Ja, Hegel. Ich hatte Glück gehabt, dass der am Anfang rübergegangen ist. Hegel. Ich habe Glück gehabt, dass der am Anfang wieder runtergefallen ist. Das ist normal. Ich bin über zwei dieser Zielschilder bin ich rübergekommen. Ich bin über die Kante gerutscht. Dann am Ende über das Holz. Wieder reingehüllt. Ja, macht das schon wieder auf da hinten, oder was? Yeah. Ja, das wäre ein Dreie. Oh, Igel. Vor allem, da sind noch andere Löcher da oben. Ich weiß. Ich habe es gesehen. Ich weiß, die solche Löcher weg hilft. Oh, du darfst gar nicht in die eine Löcher rein. Weil der unten sich durchhaut. Deswegen ja. Guck mal, da hinten auf den Kopf. Von der Map läuft. Das nächste Loch, Loch. 16. Wieder ein Winkel. Scheiße. Das ist bitter, dass er wieder raus ist. 38 Punkte Vorsprung. Das ist nämlich jetzt das nächste Loch. Warte mal, der muss ganz da hin. Ach, der muss da hin. Ne, die Mitte muss der, ne? Mhm. Und wieder zurück zum Anfang. Ich kann hier aber auch Kollisionen einstellen, ne? Mit den Wellen. Das ist es nicht. Ne, ist es nicht. Okay. 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 Ja, 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 komm. Oh. Das war double bogey, Alter. Komm, jetzt links rum. Jawohl. Pa. Ich bin echt viel, viel Dusel da noch irgendwie reingehoben. Ja, das war echt viel Glück jetzt. Na gut, mal gucken, was jetzt noch von der Map kommt. Oh, gut. Oh, knapptrennen vorbei am Holomar. Ja, ich auch. Ich auch, ich auch. Ich auch, ich auch. Ich auch. Ich auch. Na, bleib drauf. Sie warst jetzt? Ha. Oh, Baby. Baby fühlt sich wie auf so einer Gasse. Also bei mir die Rolltabee redest du mir wie sich rüber. Komm jetzt, ey. Ich versau mir so die Runde gerade, weil ich nicht dazwischenliegen bleibe, weil der immer wieder durchrollt. Ja, die Bänder gehen aber nicht unendlich über die Strecke. Ich weiß, ich seh's gerade aber. Ich glaube, ich komme nicht drüber, ne? Das ist nicht wahr. Der Elf geht wieder aus dem Loch raus und auf das nächste Band. Ach, komm schon. Versau mir doch mal ein Spiel noch am Ende. Nee. Dieses Spiel hast, diese Runde, dieses Loch hast du mich gerade. Das war's, 14. Hey, der Hüfte regelmäßig aus dem Loch wieder raus und dann hinten noch das Band wieder drauf. Das ist jetzt schon die Scheiße. Schlimmste Scheiße. Oh, fast. Ich hab ja fast einmal durch gewesen. Jetzt. Ja. Paar. Du musst eigentlich ganz außen an die Kante ran, dann treffen die Stämme nicht. Das ist ein unentschieden, bogey. Ich glaube, das ist ein unentschieden zwischen uns. Ja, ja, ich hab ein vor. Ich hab ein paar gespielt. Du bist vorne. Ja, unentschieden. Das ist nicht, du bist vorne. Doch, beide eins. Beide eins. Beide eins. Ach, Mann. Diese eine scheiß Runde da. Aber das war trotzdem eine schöne Runde. Ja, aber du gönnst es mir nicht. Du gönnst es mir nicht. Das ist einmal eine Runde zu gewinnen. Das ist eine, diese eine Runde dann mit den scheiß Bändern. Das hat es mir versaut. Dann wärst... Ja, woher hin? Ja, der Anfang war gut, aber das war halt die eine Runde. Ein, eines, eines Spiel. Anfang hab ich mehrere Hole in One gespielt. Gut. Was wollen wir dann als Nächste? Was haben wir denn noch? Oh, so Raumstation. Dann wollen wir dann noch nächste Runde die Raumstation. Ja. Ich bin dort mit der Jägerw Randgeie. Ich bin normalerweise. Jetzt bin ich sogar mal. Ich bin normalerweiseaper. Da hättetalte. Da 1500..... Ja. Vielen Dank.